Warum du mindestens einmal einen Event für deine Kunden veranstalten solltest, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business, Storytelling und Content Marketing. Und wo könnte man schöner Geschichten erzählen, als auf einem echten physischen Event mit Menschen vor Ort, mit Knuddeln und Anfassen und raus aus dem Digitalen. Und das ist auch schon der erste von fünf Punkten, den wir dir heute mitgeben wollen, warum du mindestens einmal im Jahr ein echtes Event machen solltest. Nichts Digitales, du darfst es auch gerne streamen, aber wir reden von Events, die echt an einer Location stattfinden. Warum reden wir gerade drüber? Weil wir in genau einer Woche am Samstag die Goldene Feder 2023 veranstalten zum zweiten Mal. Das letzte Mal haben wir ein wunderbares Kino gemietet. Dieses Jahr den schönsten Ballsaal Münchens, direkt in der Innenstadt, haben 200 Leute eingeladen und werden den Raum voll machen. Und was meinen wir mit raus aus dem Digitalen? Wenn du uns schon länger zuhörst, dann weißt du, dass wir große Fans davon sind, im Digitalen Marketing zu machen, Aufmerksamkeit zu schaffen, Sichtbarkeit zu schaffen. Aber Geschäfte werden halt zwischen Menschen gemacht. Das kann man auch zwischen Monitoren machen. Das machen wir auch. Das funktioniert auch hervorragend. Das zeigen wir auch unseren Teilnehmern, wie man auch ganz Storytelling optimiert auch digital verkaufen kann. Aber natürlich macht das alles sehr viel mehr Spaß, ist sehr viel einfacher, ist sehr viel haptischer, wenn du das mit echten Menschen machst. Von daher, probiere zwar Menschen digital auf dich aufmerksam zu machen, aber versammle sie dann in einem Raum, wo man sich mal die Hand schütteln kann, sich mal echt in die Augen gucken kann. Und weißt du, wir haben ja auch mehr Sinne als nur sehen. Also im wahrsten Sinne sagt man ja auch, kann ich jemanden riechen oder kann ich jemanden nicht riechen? Und das sind so Sachen, die findest du halt nur raus, wenn du mit jemandem vor Ort bist. Von daher, auch gerade wenn du ein digitales Geschäftsmodell hast, hol dir die Leute vor Ort an eine Location und lade die ein, verwöhne die und mach, dass ihr echte Kontaktpunkte habt. Punkt 1. Hol die Leute raus aus dem Digitalen. Das Zweite ist, schaffe Anlässe, über die du reden kannst. Weil ganz häufig, oder ich würde behaupten, eine der meistgestellten Fragen bei uns bei Geschichten, die verkaufen ist, was soll ich posten? Worüber soll ich posten? Oder wenn wir den Leuten sagen, was sind so die Leuchtturm-Events übers Jahr hinweg? Dann sagen die, maximal habe ich eine Produkteinführung oder dann war es das auch schon. Wie wäre es, wenn du dir überlegen würdest, du machst mindestens ein Event pro Jahr und du erzählst die Zeit, die darauf hinläuft. Dann erzählst du das Event in Gänze und die Zeit danach, weil daran, da entsteht ja wahnsinnig viel Content. Auf dem Weg dahin entsteht Content, weil ihr plant ja dieses Ding und bereitet es vor. Am Tag des Events, da passiert ganz viel. Wir haben diesmal ein Kamerateam mit vier Leuten, die uns vor Ort bei der Feder Videos aufnehmen und an dem Tag schneiden. Also das heißt, am nächsten Samstag werdet ihr eine Live-Begleitung sehen. Nicht nur, dass wir einfach nur Storys und so machen werden und auch unsere Leute aktivieren werden, die vor Ort sind, dass sie es in Social Media gerne alles fluten dürfen mit dem Hashtag Goldene Fede, sondern wir werden auch unser Team haben, was direkt schon die ersten Bits und Pieces live uns gibt, die wir abfeuern können, die schon produziert sind mit Musik und allem Pipapo. Und danach werdet ihr das ganze Material ausspielen können, was ihr bei dem Event gesammelt habt. Wir werden eine fette Testimonialwand da hinstellen, wie letztes Mal und werden jeden davor stellen und fragen, magst du irgendwas Nettes über uns sagen oder überhaupt irgendwas über uns sagen? Wenn es nicht nett ist, schneiden wir es natürlich raus. Aber wir haben bisher noch niemanden gehabt, der was nicht Nettes gesagt hat. Aber da entsteht halt so viel Material, so viele geile Bilder und damit haben wir ungefähr gefühlt sechs Wochen Material und müssen uns nie wieder überlegen, was posten wir in diesen sechs Wochen. Und das sind schon mal zwei Mega-Sachen, die bei einem solchen Event passieren. Und Bernie, du hast auch drei Sachen mitgebracht, damit wir auf unsere fünf kommen. Genau. Und bevor wir jetzt in die nächsten drei Themen einsteigen, habe ich noch was in eigener Sache. Und zwar zum Thema, was soll ich denn nur posten? Ihr wisst ja, und wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben eine tolle künstliche Intelligenz erschaffen, ein Tool, das dir hilft für deine tägliche Content-Inspiration. Und zwar Daily Storytelling. Da haben wir ein neues Feature gelauncht, die Dailies. Und die Dailies sind genau dafür da, dass du einmal am Tag eine Content-Inspiration zu deinem Thema erhältst. Also du gibst ein Thema ein, zum Beispiel Storytelling und du erhältst, ich würde mal sagen, so um zwei Uhr, drei Uhr in der Nacht. Also bevor auch die ersten Aufstehen morgens, so wie ich so ein Frühaufsteher, der so um fünf Uhr raus aus den Federn kommt, hast du schon deine Content-Inspiration in deinem Postfach und kannst dich daran dann wirklich orientieren, ob du es direkt so nimmst, postest oder noch eine Veränderung machst und es dann so auf den sozialen Netzwerken teilst. Also es hilft wirklich extrem, wenn du mal auf dem Schlauch stehst und einfach nicht weißt, was du posten sollst, geh auf dailystorytelling.com, mach dir einen kostenlosen Account, da hast du fünf Texte zum erstellen, bekommst auch die Dailies erstmal kostenlos, kannst dir alles erstmal anschauen. Und wenn es dir dann hilft, wo wir uns ziemlich sicher sind, dann bist du jeden Tag mal bestens ausgestattet, um geilen Content zu posten. So, aber jetzt kommen wir mal zu den nächsten drei Punkten. Punkt Nummer drei, was sich aus den zwei Punkten ergibt, die du gerade genannt hast, Uwe, ist natürlich auch eine super starke Kundenbindung, weil jetzt haben wir uns dauernd, vor allem in unserem Geschäftsmodell, sehen wir uns natürlich sehr häufig digital. Wir sind auf digitalen Endgeräten unterwegs, wir sehen uns digital, wir sind digital mit den Menschen, am Start und dann ist es natürlich extrem wertvoll, wenn du vor Ort mit dem Kunden sprechen kannst, dir einfach die Hand schütteln kannst, einfach diese Begegnung hast vor Ort. Da ergeben sich so wahnsinnige tolle Momente auch, die du dann wieder teilen kannst und wo einfach eine echte Kundenbindung stattfindet. Die ist leider digital kaum so möglich. Das ist, wir scherzen immer. Letztes Jahr haben wir Menschen getroffen, von denen wir zum Beispiel gar nicht erwartet haben, dass die so groß sind. Und wir dachten immer, ja, die sind halt irgendwie so 1,70, 1,75 und dann kommt auf einmal der Helge Schräder um die Ecke, hier, Grüße an dich gehen raus, Helge, mit 1,92 oder so und wir dachten uns, wow, okay. Ich musste den nach oben umarmen, das passiert mir fast nie. Ich bin 1,87, ich dachte so, das wäre jemand, den man so nach Mitte oder unten umarmt und dann musste ich meine Arme so nach oben ausstrecken. Das war einer der besten Momente der letzten Federn. Helge ist übrigens bei uns jetzt bald im Podcast, der hat nämlich auch eine super Reise bei Geschichten, die verkaufen, absolviert. Wir werden auch bei ihm im Podcast sein, um da auch wieder natürlich neue Zielgruppen zu erschließen. Ist ja ganz ein wichtiges Thema, aber dazu mehr an anderer Stelle. Also Kundenbindung. Du schaffst es an einem physischen Event wirklich ganz, ja, eine starke, starke Konversation und Kommunikation mit deinen Kunden zu gehen und dadurch natürlich auch ganz anders eine Beziehung aufzubauen. Punkt Nummer 2, der sich aus dieser Kundenbindung ergibt, ist die Community. Du versuchst ja, egal was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung du auf dem Markt hast, du versuchst darum, eine Community aufzubauen. Und diese Community ist das Herzstück deines Unternehmens. In unserem Fall, die Geschichten, die verkaufen Community, mittlerweile über 500 Mann und Frau stark. Also wirklich jetzt eine echt starke Community. Und da ist es natürlich extrem wertvoll, wenn du es schaffst, diese Menschen aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz an einem Ort zu versammeln, wo alle zusammenkommen und wo du derjenige sein darfst, der diese Menschen zusammenführt. Und darauf sind wir bei Geschichten, die verkaufen, extrem stolz, diesen Pool an Community, diesen Pool an Menschen geschaffen zu haben, die sich gegenseitig motivieren, inspirieren, einfach eine Community aus Gleichgesinnten. Und das ist vor allem, wenn du unternehmerisch tätig bist, wenn du selbstständig bist, weißt du ganz genau, wie hart das manchmal sein kann. Wenn du dich halt mit deinen Themen auseinandersetzen musst und dich auch manchmal ein bisschen alleine fühlst. Ich meine, Uwe und ich, wir kennen das. Jetzt haben wir beide uns zum Glück zu zweit. Davor waren wir aber eine Zeit lang auch als Einzelkämpfer unterwegs. Haben auch schon selbst eigene Companies als Einzelkämpfer gegründet. Und das ist einfach hart, muss man so sagen. Du hast niemanden, mit dem du mal in Sparring gehen kannst, wo du Fragen stellen kannst, wo du dich austauschen kannst, wo du dich auch mal anlehnen kannst, wo du eine starke Schulter hast, wo du guten Input kriegst. Und da ist so eine Community einfach so viel wert. Vor allem, wenn sie so unterschiedlich ist wie die Geschichten, die verkaufen, Community. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben aus großen Corporates, aus Mittelständlern, aus großen Mittelständlern, aus kleinen Mittelständlern, aus kleineren Agenturen, kleinere Unternehmen, Einzelunternehmer, kleine E-Commerce-Brands, Selbstständige, Kleinstunternehmer, da ist wirklich alles dabei. Und das Schöne daran ist, dass sich dadurch natürlich extrem tolle Möglichkeiten von Input ergeben, weil jeder eine andere Sichtweise auf Probleme hat oder auf eine Herangehensweise an ein Problem. Derjenige aus dem Corporate hat vielleicht schon eine tolle Kampagne irgendwo gestartet, eine große Marketingkampagne gestartet und kann dadurch halt seine Learnings, was so Budgetverwaltung, Budgetverteilung angeht, an jemand ein kleineres weitergeben. Aber, und jetzt kommt es, der, der mit den kleinen Unternehmen unterwegs ist, der oder die, die müssen natürlich immer sehr kreativ werden in der Ideenfindung für Marketingaktivitäten. Und ihr wisst ja, wenn man in so einem größeren Boot unterwegs ist, in so einem großen Corporate-Dampfer, da wird man manchmal ein bisschen träge. Man wirkt ein bisschen träge im Sinne von, man hat halt die Budgets im besten Fall und die verteilt man halt auf den einzelnen Kanälen. Man vergisst aber, wirklich kreativ zu werden und zu versuchen, mit minimalem Budget Maximales zu erreichen. Also einfach mal um die Ecke zu denken. Kreativ um die Ecke zu denken. Und wenn du natürlich ein Kleinunternehmer bist, dann musst du jeden Tag kreativ um die Ecke denken, weil es ist gar keine andere Möglichkeit da, weil du die Budgets nicht hast. Und deswegen, da kannst du natürlich als Kleinerer dem Großen sehr viel Inspiration mitgeben, wie man so kreativ wieder um die Ecke denkt und wie man das wieder ins Unternehmen etablieren kann. Das ist sehr spannend. Punkt Nummer 5, warum du mindestens einmal im Jahr ein Event veranstalten solltest, ist natürlich auch wirtschaftlicher Natur. Der Abverkauf deiner Dienstleistungen, Abverkauf deiner Produkte, deines Angebots. Schau mal, jetzt versammelst du da im besten Falle ein paar hundert Menschen. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, dort natürlich neue Produkte zu präsentieren, auch Produkt-Launches zu machen. Wir werden auch ein Produkt launchen auf der Goldenen Feder. Also sei gespannt und schau auf jeden Fall vorbei, wenn du noch kein Ticket hast und auch Teil der GTV-Community bist. 21.10. um 9.30 Uhr geht es los. Wenn du noch ein Ticket haben möchtest, schreib uns gerne an office.covg.de und dann schauen wir mal, was wir noch möglich machen können. Aber dort, bei der Goldenen Feder, werden wir natürlich auch unsere neuen Produkte präsentieren und werden einen Abverkauf von unserem Angebot machen. Ist ja ganz klar, weil wir ja auch wirtschaftlich denken als Wirtschaftsunternehmen und daher auch, schau mal, so ein Event kostet ja immer Geld. Das ist natürlich auch etwas, das vorfinanziert man gerne, weil man es für die Community tut. Aber weil man ja Unternehmer und Unternehmerin ist, möchte man ja auch wieder einen Teil davon refinanzieren oder im besten Falle natürlich auch positiv aus dem Ganzen rausgehen. Also versuchst du natürlich dort auch, deine Produkte und deine Angebote abzuverkaufen. Ganz wichtig und das ist wirklich extrem wichtig, bei so einem Eventtag sollte es auf keinen Fall super saley vonstatten gehen. Bedeutet, du stellst dich da nicht hin und dein vorderste Ziel sollte sein, Umsatz zu machen. Nein, dein vorderste Ziel sollte sein, einen schönen, starken, geilen Tag für die Community zu veranstalten, denen wirklich einen tollen Tag mitzugeben, richtig guten Input mitzugeben und dann an der Seite, on the side zu verkaufen und dein Angebot zu platzieren. Aber es sollte nicht im Vordergrund stehen, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kriegt so ein Event auch ganz schnell ganz ein blödes Geschmäckle und das willst du auf keinen Fall haben und auch machen. Und das wären die fünf Gründe, warum du unbedingt einmal im Jahr ein Event veranstalten solltest, wie die Goldene Feder. Und Uwe, mir ist was eingefallen, das machen wir für nächstes Jahr. Wir machen vielleicht die Goldene Feder, vielleicht expandieren wir das Ganze noch ein bisschen weiter. Wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen Inspiration von außen geholt. Und da ist noch vieles möglich. Jetzt verraten wir noch nicht zu viel, weil das Ganze ist noch in der Planung. Aber vielleicht wird die Goldene Feder nächstes Jahr schon ein bisschen größeres Volumen annehmen. Ja, wir haben ja dieses Jahr schon mal auch zwei Tage. Das wissen aber nur die Insider, weil wir haben am Tag zuvor noch den Day in the Office von Strategien, die skalieren. Das heißt, da laden wir die Menschen, die ins Nachfolgeprodukt gegangen sind, bei Strategien, die skalieren. Die machen einen ganzen Tag mit uns im Büro mit Verköstigung und Essen und Hot Seats und Deep Dive Sessions und Analysen und individuellen Ausarbeitungen. Das wird ein richtig geiler Tag. Und am Abend, am Vorabend der Goldenen Feder, gehen wir mit den Mastermindlern von The Circle, also unser innerster Kreis, mit denen gehen wir essen. Auch das ist bei denen dabei, dass wir einen Abend lang sozusagen Zeit miteinander verbringen. Da können wir auch über Business reden. Aber da geht es mehr so darum, wie wir uns als Unternehmer weiterentwickeln wollen, welche Ratschläge wieder weitergeben können, was wir so gelernt haben, wie wir unsere Leute auch, sage ich mal so, in der unternehmerischen Persönlichkeitsentwicklung voranbringen können. Das wird ein geiler Abend. Und genau, also Wrap Up, komm raus aus dem Digitalen mit deinem eigenen Event, krieg die Leute in die echte Welt und so, nimm die meinen Arm, schüttel ihnen die Hand, guck denen in die Augen. Du schaffst Anlässe für dein Storytelling, hast immer was zu erzählen. Du kriegst eine Kundenbindung hin, Punkt 3, die so eng ist, wie du sie nirgendwo anders hinbekommen wirst. Und daraus resultiert direkt, Punkt 4, wie Bernie gesagt hat, du baust eine echte Community auf. Und wir brauchen keine Kunden. Wir brauchen eine Community. Weil eine Community befeuert sich gegenseitig, macht untereinander auch Geschäfte. Auch da haben wir nichts mit zu tun. Das machen die untereinander. Die verdienen auch alle untereinander viel mehr Geld, dadurch, dass sie in dieser Community sind. Und im Grunde genommen, man sagt doch, du brauchst nur 1000 Fans sozusagen und dein Business wird für immer sozusagen laufen. Wir bauen hier eine echte Community auf und das solltest du auch tun. Und dann folgt der Abverkauf, der Cross-Sell, der Down-Sell, der Up-Sell. Der kommt von ganz alleine, wenn du Anlässe schaffst, wo Menschen miteinander sind. So, und das ist eigentlich so ein Input, den wir dir mitgeben wollen. Und damit wünschen wir dir einen tollen Start in die kommende Woche. Überleg mal, wann du dein erstes Event machst. Du musst nicht mit 200 Leuten anfangen, aber was könntest du mit 10 Leuten anfangen? Und wohin könntest du die einladen? Und von daher, wenn du dazu Fragen hast, wir haben jetzt schon ein paar Events gemacht. Wir werden auch noch ein paar machen. Wir können dir gerne ein bisschen Input geben. Ist auch ein Teil von Strategien, die skalieren, wo wir darauf eingehen, wie du mit guten Events Leute an dich bindest. Was man da lernen kann. Dann komm da gerne auf uns zu. Und wenn wir dich eh nächste Woche Samstag sehen, hab eine gute Anreise. Komm gut nach München. Wir freuen uns sehr auf dich. Und das werden zwei geile Tage werden. Mach's gut. Ciao. Ciao.